Verbrannt, teilweise eingestürzt, überhaupt nicht mehr zu gebrauchen. So zeigte sich das Bruthaus des Fischereihofs in Salgen im Dezember 2009. Heute sieht es da drin wieder anders aus. In Spitzenzeiten werden hier über 5 Millionen Fische gezüchtet. Doch das Feuer vor gut zwei Jahren hatte mehr zerstört als nur das Gebäude. Ja, wir haben durch den Brand einen ganzen Jahrgang an Fischen verloren. Wir hatten da Laichfische, Brut und Eier drin. Und durch das große Feuer hat sich das Wasser erwärmt, Löschwasser ist in die Becken reingeflossen. Und da haben wir den ganzen Jahrgang verloren. Das war ein herber Rückschlag für uns. Zum Glück haben uns andere Zuchten ausgeholfen, aber die besonderen Fischarten, die sind natürlich verloren gegangen. In diesen Behältern schwimmen sie, die letzten Eier der Brutzeit 2011-2012. Los geht es schon im Oktober mit den Forellen. Zuletzt kommen zwischen Mai und Juni dann die Eier der Barde. Besonders an dem Fischereihof ist, hier werden nicht nur die einfach zu haltenden Forellen, sondern auch gefährdete Arten gezüchtet. So zum Beispiel die Aalrute, hier als dunkelgefärbter Fisch zu sehen. Also wir haben die Möglichkeit in unserem Warmbrutraum oder Kaltbrutraum, das ist wahlweise, das Wasser über eine Wärmepumpe zu heizen oder zu kühlen. Haben also dort auch den Luxus, dass wir das im Durchlauf machen können. Damit Stoffwechselprodukte alles rausbekommen auch und auf die bestimmten Erbrütungsbedingungen der verschiedenen Fischarten einzugehen. Ob das jetzt bei der Rutte ist, Wassertemperaturen unter 4 Grad oder dann bei der Barbe, wo wir bis zu 16 Grad in der Erbrütung hochfahren, damit die Eier sich auch optimal entwickeln. Neben der richtigen Wassertemperatur gehört bei allen Fischarten auch die tägliche Reinigung des Beckens mit dazu. Beim Fischwirtschaftsmeister Guido Neumann sind heute die Rochen dran. Heute in der Natur selten geworden, werden sie im Bruthaus in Saigen ganz gezielt gezüchtet. Bis zu eineinhalb Meter lang und 50 Kilo schwer kann dieser Raubfisch werden. Auch als Donaulachs bekannt, findet man die Hochen nur in der Donau und südlich davon. Bei uns gibt es diesen richtig bayerischen Fisch, vor allem in den Zuflüssen Iller, Lech und Werthach. Die sind bei uns in Bayern also erst seit etwa der letzten Eiszeit heimisch. Man kann das sehr gut nachweisen, dadurch, dass bis zur letzten Eiszeit der Rhein und die Donau eine natürliche Verbindung hatten und die Fischarten, die bis dahin dort vorkamen, in beiden Gewässersystemen sind. Der Hochen kommt eben nur im Donaueinzugsgebiet vor. Und damit kann man ziemlich sicher sagen, dass wir ihn erst etwa 10.000 Jahre haben, seit etwa der letzten Eiszeit. Das große Sorgenkind, denn sie droht endgültig aus den schwäbischen Gewässern zu verschwinden, die Nase. Der Grund, sie legt in der Natur weite Strecken zurück. Und genau das ist zu ihrem Verhängnis geworden, weil in unserer Zeit nicht mehr so einfach möglich. Oft ist diese Wandermöglichkeit zwischen diesen Teilbereichen unterbunden. Da sind Wasserkraftwerke dazwischen, Mühlen oder sonstige Wehre. Und wir sorgen dann dafür oder arbeiten daran, dass diese Lebensräume einerseits wieder hergestellt werden und andererseits diese Verbindung wieder stattfindet. Das heißt, wir begleiten den Bau von Fischtreppen, von Wanderhilfen, von Gewässerrenaturierung und hoffen so, dass die Fischbestände in Schwaben wieder besser werden. Am kommenden Wochenende wird das neue Brothaus feierlich beim Tag der offenen Tür eröffnet. Ab 10 Uhr können sich dann alle Besucher über das Treiben des Fischereihofs und seiner vielen Arten informieren.